herzlich willkommen meine hungrigen freunde zu einem neuen video auf diesem kanal mein name ist salami tv jetzt habe ich den faden verloren macht aber nichts wiederhole gerne normal mein name salami tv und ich bin einfach nur ein hungriger aussie mit mordsappetit und freunde ich war bei mcdonald's mcdonald's so was haben wir uns geholt wir haben uns immer geholt ich habe mir ein tasty bacon menü geholt meine freunde die verpackung kennt jeder ja muss man nicht viel zu sagen die pommes sind exzellent nicht so viel salz nicht zu wenig salz genau richtig jetzt kommen wir zum haupt an tördang 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 den hol ich mal raus dann zeig den euch mal freunde guckt euch den mal an oh look at this shit meine sehr verehrten damen und herren das ist aber ein meisterstück der typ hat was auf dem kasten gehabt der den gebaut hat wir mal kosten ich würde sagen mahlzeit freunde die macht sei mit euch ja muss man nicht viel zu sagen casey bacon beste beste während ich hier im auto sitze und den dingfresser jungen schüttelte draußen aus eimern aus kübeln aus branle werden der trick ist die pommes denn hier hin zu machen was war das schon wieder so hell auch freunde bürger gehen muss guten ist sein urenkel und für die pommes also ich möchte mal jeden tag erleben wo man zu meckes geht und sagt sollte in dem falle wirke ein big tasty bacon menü hundertprozentig sagt die frau oder der man darf sonst doch etwas sein nein ich will tatsi bacon menü sonst nichts hätte ich noch was gewollt dann hätte ich gesagt dass ich noch was möchte aber ich glaube das müssen diese fragen wer die soße auf 100 der müsste nobelpreis kriegen ganz ehrlich die soße ist der hammer the shit of good father oder wie das heißt mit mario du kriegst nicht ab und wenn du noch so lange guckst wie ich esse so widmen wir uns mal wieder den tasty bacon barbeque kostet und ja ich liebe barbecue soße ich liebe bieten soße aber wenig zusammen ist no go die da nie Das Wetter ist so kurios, eben hatte ich Schüttelflieh aus einmal und jetzt ist so viel meine Arme spüren. Wettermanipulation. Ich habe das Ding jetzt aufgerissen und ist immer so mächtig. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Video und SalamiTV sagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.